Mikrofon muted. Gut, da war er mit Intro der Christophie, ja? All right. So.. Abends aussehen zu verändern. Bei den kleinen Roboter, ja. so so ach der ist gar nicht da so lange bis wir spielen hier standen hier steht hier kommt die talversuche anwärts zu bewegen geschäft im schnörer zu laufen nur schien zu kreffen wenigstens heute mal in der axt auf mit lehrtosse und fälle dem baum dem vorhin stehen die heute eine versuchung das entschieden Ja, du hast es nicht gesagt, du sollst du hier sein. Jetzt halt heiße und fängt vorher an, wenn der Witzbauer in Brücken. Wenn der Witzbauer in Brücken geht, ist der Witzbauer in Brücken. Wo haben wir denn den Winden? Witzbauer in Brücken. Witzbauer in Brücken. Okay, wir sind zu zweit, oder? Okay. Okay. Was macht er mit dem Schaf? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schrauber völlig gewinn. Jetzt fährt unser Stein aus. Nein, wir haben sowas. Jetzt fährt unser Stein aus. 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 Acht. Oh, ich zieh die Schraube. Ah, verholt's. Äh, kein Holz, kein Holz, das ist doch da. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 oh Auf jeden Fall zwei Schrauben, da können wir uns bestimmt die Versorgung holen. Uh, da fängt vor allem mit Piepsen, okay, das ist cool. Okay, alle schon. Der Ball ist da unten, ne? Der Ball ist da unten, ne? Das war's. Das war's. So, ich habe jetzt noch ein paar Hände. Was ist Aiden? Wir haben jetzt 3 Schrauben! Was ist Aiden? 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 Oh ja, alle kriegen unten eine Schraube für den Bahnhof, okay? Was ist Aiden? Was ist Aiden? Was ist Aiden? Was ist Aiden? Den machen wir schon mal voll. Den tun wir hier vor. Was ist Aiden? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das wird nichts verlieren. Das war's für heute. Das ist gerade gerade. Jetzt mach ich mal Wasser. Das ist die Schraube. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war eine relativ einfache Strecke. Das war's für heute. 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 Okay, cool. Das war's für heute. 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 Ja, das ist ja auch nur. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Oh yeah. Oh yeah. Okay. Okay. Und bis später. Bis später. Okay.